Was gibt es denn Neues bei AERA in diesem Jahr? Bei AERA gibt es das neue Feature, das vor einigen Tagen veröffentlicht wurde mit der Wareneingangskontrolle, das es den Praxen ermöglicht, alle Bestellungen besser im Blick zu behalten, Wareneingänge zu buchen und immer aktuell zu sehen, welche Bestellungen sind noch offen und welche bereits geliefert sind. Was ist denn für die nächste Zeit noch geplant? Im Q4 oder Ende Q4 werden wir ein Redesign der Plattform vornehmen, das heißt wir werden ein bisschen moderner aussehen, alle Features, alle Funktionen sind nach wie vor die gleichen, es wird nur ein bisschen attraktiver auf der Plattform zu surfen und sich zu bewegen. Und AERA ist ja schon lange am Markt, was ist denn das Besondere an der Online-Plattform, was macht das so besonders für die Kunden? Also AERA gibt es jetzt nahezu seit 30 Jahren. Wir sind eigentlich die Bestell- und Preisvergleichsplattform für den deutschen Dentalmarkt. Wir haben nahezu alle Zahnärzte bei uns auf der Plattform. Was uns ausmacht, ist die Persönlichkeit, die persönliche Erreichbarkeit. Unsere Mädels an der Hotline sind alle mit zahntechnischem oder zahnmedizinischem Hintergrund. Sie können alle Fragen beantworten und was uns ganz besonders ausmacht, wir versuchen für jedes Problem ganz schnell eine Lösung zu finden. Stichwort Warenoptimierer, da habe ich jetzt schon viel von gehört. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erläutern, was heißt das eigentlich, was kann der Kunde dadurch besser oder anders machen? Durch den automatischen Warenkorboptimierer ermitteln wir zum einen immer die beste Kombination aus Preis, Lieferzeit, Anzahl der Pakete, Anzahl der Lieferanten, sprich die Anzahl der Warenkörbe. Wir kombinieren Preise auf der kleinsten Packungseinheit, rechnen Portofreigrenzen und Minderbestellmengen raus und ermitteln so immer automatisch die beste Option. Wenn ich als Praxis zusätzlich nur meine Stammlieferanten beauftragen möchte oder kürze Lieferzeiten oder weniger Pakete haben möchte, kann ich das nach eigenen Vorlieben eben selbst bestimmen. Wir haben Schieberegler eingebaut, über die das dann gesteuert werden kann. Und so bin ich bereit, vielleicht einen kleinen Mehrpreis auf mich zu nehmen für das, dass ich die Umwelt schütze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017